die habe ich gerade das bemerkt sorry zumindest die mit diesen leuchten bauch ich versuche es wieder zu leben ich mache meinen heilfeld hier hin und dann bleibe ich dich wieder kann einfach granate rein wie viel fehlt dir zu super ist hier noch mal für granatwerfer jetzt mal rein haben wir auch noch ein bisschen hast du deine mauer stürmt shit vor wie viel seiten kam ich verlaut ich habe meine super bereit ich bin gerade mach ok es sind gerade keine mehr doch ich sehe doch einen aber nicht mehr so viele dass sich das wirklich lohnen sollte oder ich dachte durch deine zerstörung der vex würde ich meinen captain und meine crew weniger vermissen und? hat nicht geklappt der robot ist echt voll geil hat nicht geklappt hat nicht geklappt tja so ist es manchmal ne ach ja hat nicht geklappt voll 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 happy gesagt ne ja total überhaupt nicht passend aber naja so ist das halt was ist der vex teleporter? ja cat6 wird ihn sicher haben wollen du solltest ihn an dich nehmen du solltest ihn an ihn nehmen ok wir können ihn entfernen nimm das du blechkopf ich bin raus baby raus wuhu kate wo bist du? hey du hast es geschafft du hast mich da raus geholt ha 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 und äh wo bin ich hier kate einheit du bist in der nähe der reste des reaktorkerns willkommen aus der exodus black wo all deine träume wahr werden ha 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 naja diese gespalten passivlichkeit bestes over time ha ha ich sag eigentlich schon ha 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 so ha 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 ihr habt also meine neuen freunde kennengelernt failsafe und ihr böser zwilling failsafe ha 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 welche ist die böse? hätte ich gefühle wären sie jetzt verletzt ha 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 das wäre Gott sei Dank nicht das wäre sonst ein bisschen unheimlich einfach zu kate wie ich kann vor dem Legasprung wenn ich schnell bin da vorne links oh oh die Gefallenen haben die Vex sauer gemacht und mit sauer meine ich Fuchsteufelswild äh ich verstecke mich auf der exodus black hier aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen die Decks 1 bis 20 sind vergraben und mein Kühlungssystem äh ein einziges Schlamassel oh das wissen wir failsafe das wissen wir was weißt du wer hinter dir Eindringlingsalarm Eindringlingsalarm ich bin's ich die Kate Einheit negativ ich meine positiv aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an okay failsafe die schießen auf mich dann rate ich dir nicht erschossen zu werden das macht Sinn oh man ey die Gespräche hier aber das muss auch mal sein diese schießen oh das ist was großes so Granatwerfer gut ist meine Superaufgewehr ja super äh gut ist echt gut dass ich die Vex und die Gefallenen gegenseitig fertig machen aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß Chironimo das ist ein echt großer Vex zumindest habe ich einen großen zerstören können ich hab jetzt echt eine Granate reingemacht für einen Gegner haha wofür ich eigentlich zwei Granate stirbt die müssen auch noch mit naja die kämpfen gegeneinander das ist ein Drei-Fraktions-Krieg Fallenen Vex und wir zwei Sachen bekommen aber nicht im Kriegel doch oh da ist noch ein größerer Panzer noch einer ja erstmal hier noch zwei Gegner die hier oben noch rennen sollen wo kämpfst du denn grad allein 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 die kämpfe allein au da links 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 na dann schlag ich kaputt wer hat mich weggeneut hehehe hä der zwöl in teleport hier ist da hinten ist wieder einer stirb du großes riesen baby ich kann das hätten wir ok da war mit der pistole hergegangen ich hätte gar nicht das hier richtig machen wahrscheinlich schon alle alle gegen alle aktiviere verteidigung schild zurücktreten nicht schlecht fällt selbst die gefallenen können uns jetzt nicht erwischen oder die die können nicht oder ist das schön warm hier ach so du bist am feuer ein gegrillter mensch lecker 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 schmecker klein und rund und ab in meinen und so langsam wird das pistolen moni knapp ich habe etwas neues bekommen gleichzeitig weiß ich aber schlechter auch schlechter meine waffe ist etwas besser ich glaube jetzt ist seine ein scout gewehr oh god jetzt haben wir den schauschützen gewehr come on barbie let's go party ich 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 habe ich glaube die mission geht ein bisschen länger ab durchs wasserrutschen deswegen habe ich mir ungefähr gedacht dass diese vielleicht etwas länger sein könnte ja das grünes licht dadurch etwas ja danach aufhören hey du solltest dich beeilen ich glaube einer von denen hat gerade gesagt dass er mein horn als trophäe haben will mein armes schönes horn ja ja wollte ich auch fragen welches davon das dazwischen oder wir sinds das dazwischen das dazwischen ja nicht rein und da ist ein gegner sonst habe meine super wieder bereit noch nicht gut dann werde ich denn damit blöd machen ja denn ich bin besser als alles andere ich bin dein unter gone alter kriegt er mich voll weg kriegt er mich voll aus dem bild ich ich dachte ich hätte ihm mehr Aura gemacht aber ich habe ihm nicht mehr Aura gemacht oh der ist ja tot dann habe ich ihm schon Aura gemacht sieht falsch wach die Waffe das kann sein wer ist da oh hi Panate Paketenwaffe hinterher na dann na dann hua BAM 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 wo ist er der ist längs lang gelaufen biiii der rennt die Mampe der rennt die Mampe das ist ja natürlich der ganze natürlich genau jetzt meine fix zu Ende hu 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 und der ist recht tot ja und die Schauber hoch nein da neben hat auch getroffen hey der gefalle mir hat was fallen lassen ah hi ich habe was schönes bekommen oha wie viele sind das aaaaaaah BAM da habe ich schon mal mich haben wir kindle wer felscht meine bleib stehen bleib stehen BAM stirbt selbst kill ich bin gleich wieder habe ich selber gekillt davon die anderen mit mir mitzumachen es waren einfach zu viel um mich rum kann sich selber wieder beleben oder geht das nicht aber doch geht Waffe die habe ich scheiße zwar stärker aber scheiße ich habe noch 30 von diesem Raketenwerfer hier 30 Schuss immer dich rotflinte du hast uns gerettet aktualisiere crew log hoch toll war die falsche Waffe wir haben sie gerettet Kevin neuer Kapitän registriert willkommen an Bord Captain juhu juhu hey hey runter 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 es stimmt also das Licht hat zu dir zurückgefunden nicht dass ich eifersüchtig bin aber mach mal langsam ja sonst stehe ich dumm da was hast du eigentlich mit dem 6 teleporter vor mich persönlich bei golf vorstellen ihn platt machen und dann lecker was essen aber erst muss ich hier ran das tolle an Wextech kein bisschen intuitiv Kate das kannst du nicht alleine machen klar kann ich solltest du Gorr besiegen wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen ob sie gewinnen oder nicht die Kabale sind voll fiese Fieslinge ja verstanden tut mir leid aber du verstehst anscheinend nichts die Kabale sind einfach gnadenlos ihre Waffe könnte einen Stern zerstören und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet hey 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 mach mal halblang sonst kriegst du einen Kurzschluss Zawala hat einen Plan er braucht dich Kate ja Zawala sagt immer er hätte einen Plan aber manchmal warte Zawala sagt er braucht nicht das sind die Worte die Zawalas Mund verlassen haben ja hat er bitte sagt mir ihr habt das aufgenommen hat die Kora es wenigstens gehört tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden niemand weiß wo sie ist Ejo 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 dort würde sie nach Antworten suchen hey ähm danke das war's gut das ist irgendwie cool Typ ist cool aber auch klassisch ein bisschen merkwürdig ja hoffentlich habt ihr das aufgenommen hehehe ja haben wir sogar das stimmt das ist ein Let's Play einfach auf einen Channel gucken ja hehehe yes of a ja ach ja diese Ladezeiten es käme jetzt ein neues Schiff brauche ich mal du bist denn der Captain du bist denn der Captain alles klar Captain Ai Ai Captain Ai Ai Captain Ai Ai Captain ok Leute ich würde sagen das war's ich glaube wir haben den Stern jetzt freigeschaltet oder den das Gebiet hier was lachen Sachen ich würde sagen ähm ähm ja Leute das war's wieder für diese Session ja wir würden uns nur zwei Minuten freuen wenn nur noch zwei Minuten da bleibt oder drei oder wir sind gerade bei 1,42 was Nee, passt schon. Passt schon. Wir haben vorgeblänkelt und so noch. Joa, erhebe ich den Leuten, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.